Hallo und Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Weiß ich gar nicht, hatte ich letztes Mal noch Shells Mod drin? Weiß ich gar nicht mehr, also auf jeden Fall habe ich Shells Mod nicht mehr drin Letztes Mal noch, dann habe ich ihn nicht mehr drin, ich weiß jetzt gar nicht mehr Auf jeden Fall Race Minimap, ich mache kurz einen Waypoint Haus, mehr soll ich mal grün sein So, und da sind wir hier einen grünen Punkt Das ist jetzt egal wie weit wechselt, wir finden immer zurück So können wir auf Erkundungstouren gehen Und ich habe den ganzen Kampf von den Regalen hier reingepackt Falls das nicht beim letzten Mal schon da war, ich weiß es gar nicht mehr Ja, dann sollte ich mal das ein bisschen anders Inventory Tweaks habe ich nicht mehr drin Was ich das letzte Mal überhaupt noch drin hatte? Ich weiß alles gar nicht mehr So Und ich sollte ja mal eine neue Kiste Oh, Eisen Oh, noch mehr Eisen Boah, schon Level 24, ey Scheiß die Wand an, geht das schnell Mach das jetzt mal aus Tropenholz Und da sieht es wieder so unsymmetrisch aus So, ich mache es die Kiste hier hin, aber das will ich nicht Ich mache es mal so Da, jetzt ist natürlich alles rausgefallen Stein Stein Äh, Redstone Zack Ich mache das alles einfach unsortiert Ja, das auf, das auf Das nicht So Das war irgendwie schon zu erwarten, dass das ein Fail wird Zack, zack Zack, zack Zack, zack Ich habe komplette Eisenrostung Boah, wie ich das alles gar nicht mehr weiß, ey So Und das muss ich dann in die andere Kiste legen Und das auch Pfeile Wir haben noch keinen Bogen Dann machen wir uns ein So Egal, wir brauchen Stecker Haben wir hier Stecker? Nein, haben wir nicht War doch zu erwarten Zack, zack, zack So Und jetzt haben wir einen Bogen mit drei Pfeilen Wir brauchen mehr Pfeile Wir müssen das Kletter finden Na, scheiße, ich nehme hier das ganze Holz Habe ich hier Ja, ich habe Kohle in den Kisten Da kann ich das jetzt nehmen und Da rein tun So, erstmal schön die Öfen auffüllen Und Fackeln Ich brauche mehr Fackeln Das wird für's Erste bestimmt reichen Hm, hier ein paar Sticks Fackeln Eisen brauchen wir noch hier Spitzhacken So ein paar Eisenspitzhacken Das reicht doch Ja, und was wollen wir denn jetzt machen? Oh, es ist Nacht Zuerst ins Bett legen Na So Hier unser kleiner künstlicher Wald Ist schon fortgeschritten Was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen auf Erkundungstouren Essen Habe ja genug dabei Da fällt mir eigentlich mit der Farm gar nicht zufrieden Hier sobald ich zurückkomme Hacke ich das ab Da zerstöre ich die Farm und baue sie ganz um Ich glaube ich mach's so wie So ähnlich wie in den NPC-Dörfern Sieht dann auf jeden Fall besser aus als mein Glashaus Uh, rote Pilze Pilz, Pilz Aber irgendwie leckt das ein bisschen Moment So So, jetzt leckt das nicht mehr so stark Hm Hm Alter Ich glaub ich sollte dann Einfach mal das texture pack nehmen Da spielen wir halt auf den standard texture pack Ist ja auch nicht so schlimm Wow Baa tier leckt es Wieso leckt das so sehr? Ich hab's keine Ahnung So Hier hoch ist hier irgendwas interessantes was mit dem bau passiert gar nicht schön aus drei holz ja ich hab hier noch thema muttern sich alles schon vergessen und ohne texture pack sieht alles so verpixelt aus schlacht wenn wir hier die schweine so geschlachtet alter leck das hier keine ahnung wieso haben wir in der distance of normal natürlich nicht das leckt aber immer noch sehr habe ich knochen habe ich knochen dann habe ich nicht das ist alles so verpixelt aus ich bin es gewohnt mit texture pack zu spielen doch in so viel weit sind wir dann entfernt noch nicht ganz so weit schafe schafe wir haben aber schon ein bett da sind noch mehr schafe zuckerrohr haben wir zuckerrohr ich habe keine ahnung wir nehmen einfach mal das zuckerrohr mit wir nehmen es mit ich will erster sein juhu zuckerrohr da ist ein roter pilz ein roter pilz und da auch oktopus gewick von mein zuckerrohr geht weg los gehen nach vorne hallo wo springt ihr nicht aus dem wasser geht doch ich will die lillipets gar nicht also die seelrosenblätter weiß ich nicht lol wieso bewegt er sich denn nicht normal moment so jetzt geht es wieder hoffe ich mal dauer bin doch so blöd ich kann nicht wieso gehe ich da einfach hin neige roter pilz roter pilz roter pilz und das ganze normale wir haben glaube ich zwei normale pilze ok da können wir uns drei pilzsuppen machen ist hier noch umfungen roter pilz ich habe doch hier noch einen gesehen und wo ne quatscht über links dass ich ihn gab zu nein das war nicht wo ist der rote pilz und ich schwimme nur zufällig zu dem hohen hmm roter pilz da ist er ich habe ihn entdeckt roter pilz und da ist noch einer da sind noch mehr pilz roter pilz das reicht für ein paar pilzsuppen so drei rote pilze vier rote pilze das heißt ich habe einen so einen normalen pilz gesammelt wir brauchen noch drei normale pilze 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 nein nicht zwei so das richtig kaktus brauchen wir kaktus nein hier ist wüste ich gehe mal langsam so in die richtung da aber noch schräg hier ist ganz viel sand wald gibt es denn nichts interessantes boah es leckt schon wieder und hühner und hühner und hühnerfleisch hui ne ja mann mal ja natürlich ich habe auf peaceful gestellt nein jetzt wäre ich von meinem schwerdruck tut mir leid das habe ich jetzt vergessen Dass ich wieder auf easy stellen muss. Zum Glück habe ich mich gewohnt, warum ich keinen Hunger verliere. Äh! So, jetzt verliere ich Hunger. Aha, was ich noch sagen wollte, das mit den Erfolgen nehme ich aus der Liste, die, aus den Sachen, die wir machen müssen, raus. Und das hat folgenden Grund. Ich spiele auch privat Minecraft-haft und da zähle ich manchmal Erfolge. Unbeabsichtigt. Und deshalb weiß ich gar nicht, was ich im Let's Play gemacht habe und was noch nicht. Und das dann umständlich, wenn ich vielleicht immer dann die Videos gucken muss, sonst wisst, was ich gemacht habe und bla bla bla. Deshalb ist das Ziel, einfach den Ender-Drochen töten. Und dann haben wir keine Rot und Pilze. Schal. Pilze. Und da... Oop! Vielen Dank.